Wie funktioniert PMR? Das ist ein Entspannungsverfahren, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde von einem Deutschkanadier namens Jacobson und er hat das PMR entwickelt als eine Form der Tiefenentspannung. Wie funktioniert PMR? Du spürst erst einen Muskel, zum Beispiel angenommen du willst den linken Unterarm entspannen, dann spürst du erst den linken Unterarm, dann spannst du ganz langsam den Unterarmmuskel an und spürst, wie es anfühlt, wie der Unterarm angespannt wird, dann hältst du 5 Sekunden lang und spürst, wie es anfühlt, wenn der Unterarm angespannt ist, dann lässt du langsam los und spürst, wie es ist, wenn der Unterarm sich entspannt und danach spürst du, wie es anfühlt, wenn der Unterarm entspannt ist. Und so gehst du durch den ganzen Körper, durch die verschiedenen Muskeln, du machst die Muskeln dir ganz bewusst, du spannst sie langsam an, du hältst sie angespannt und lässt langsam los. Und dieses bewusste Anspannen und Loslassen führt dazu, dass der Körper ganz entspannt. Also ein Muskel, der bewusst angespannt wird, mindestens 5 Sekunden gehalten wird und anschließend bewusst entspannt wird, kann wunderbar entspannen. Der Vorteil von PMR ist, du brauchst weder konzentriert dabei zu sein, noch musst du Autosuggestionen dir merken, sondern du kannst einfach etwas tun. Deshalb wird manchmal gesagt, PMR ist besonders unter Männern beliebt, weil man eben etwas tut und nicht einfach irgendwas visualisiert, sich vorstellt, beobachtet, hineinfühlt, sondern mehr ist es, bewusst anspannen und loslassen. Ja, ich wünsche dir gute Entspannung und wenn du mehr wissen willst über PMR und wie es funktioniert und wie es ausgeübt wird, geh auf unsere Internetseite wiki.yoga-vidya.de-pmr und dann erfährst du mehr darüber, was PMR ist, die Geschichte von PMR und du bekommst auch Übungsanleitungen als Audio und Video. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.